Hervorragend ist der Rosé, der Josef Schuller, der Direktor der österreichischen Chemieakademie und Master of Rhein-Kollegen von mir, entdeckt hat. Pia Streen. In Österreich gilt sie quasi als die Rosé-Königin und sie hat die Herausforderung angenommen, ein Rosé speziell für unseren Geschmack zu designen. Wir wollten fruchtbetont, aber sehr schön trocken und haben noch ein bisschen Spike getan, damit ihr noch mehr Komplexität bekommt, wie die normale Rosé von Ihnen. Das ist also vorzüglich gelungen, also vergleichen Sie das mal neben Ihrem übertörenden Provence-Rosé, ich garantiere Ihnen, das ist mindestens so gut, wenn nicht deutlich besser. Ganz ein toller Rosé, erfrischend und mit genügend Struktur, man kann auch ohne weiteres zum Essen reichen, zum lichten, frühlingshaften Gericht. Probieren Sie das, sehr zum Teilen.